Grüß Gott, mein Name ist Monika Büllner. Ich wohne mit meiner Familie in Stuttgart, hier am Fuß des schönen Württembergs. Hier arbeite ich als politische Sekretärin der IG Metall. Die CDU ist die einzige Volkspartei in Deutschland. Wir müssen uns um die Wirtschaft und die Beschäftigten in diesem Land kümmern. Im Inselbad hinter mir bin ich als Kind und Jugendliche unzählige Male von allen Brettern und Türmen gesprungen. Danach habe ich mich viele Jahre in der Sportjugend engagiert. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir als eine der wenigen Nichtberufspolitikerinnen im CDU-Bundesvorstand erneut Ihr Vertrauen und Ihre Stimme schenken.